Du bist mit mir, in der Fantastische Isle, und ein Mundo wird dir da sein. Alles Gute zum Geburtstag! Ja! Ja! Ich wollte euch etwas sagen, das sehr wichtig für mich ist. Ich wollte euch sagen, dass ich euch lieb. Zum Wohl, Mama. Guten Abend, Madame Dorn. Guten Abend. Du hast deinen Kindern nichts gesagt, nicht wahr? Du warst feige? Stimmt doch. Madame Girard? Ihre Nachbarin besucht sie, Madeleine. Schon komisch, dass Sie diesen Ort gewählt haben, um in Rente zu gehen. Das ist das Colosseum. Das ist witzig. Die sieht aus wie Madame Dorn. Du verstehst das nicht. Sie darf nicht wieder in diese Wohnung zurück. Das ist das Licht wochen wird. Al domani, sei mani, sei mani, cari Oh, 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 oh